Haut ab, ihr blöden Zombies. Zombie, geh weg. Hier sind die Halterungen für mein... Ja, für meine Kisten alles da. Und da-dum. Ich will nur noch meine Kisten, die Wand... ...und die Öfen... Oh Gott. Hast du normale Öfen drunter oder wie? Geh doch auch gleich auf die elektrischen Sachen über. Brauchst viel weniger Kohle. Ja, was brauchst du alles für einen elektrischen Ofen? Wie viel Platz nimmt der weg? Einen elektrischen Ofen ist genauso groß wie ein normaler Ofen. Ah, gut. So dass es elektrischen läuft, dass du dann einen Generator dazu noch brauchst. Und dann am besten... Also einen Generator, einen Ofen und einen Macerator. Weil ein Macerator, wenn du in den nämlich das Erz rein tust... ...dann bekommst, zum Beispiel wenn du da jetzt Eisen, Erz rein tust... ...bekommst zwei Eisenstaub. Mhm. ...aus einem Orts. Und das, das Eisen, äh, den Eisenstaub, den kannst du dann brennen... ...und dann aus zwei Eisenstaub bekommst zwei Eisenbarn. Ah, sprich, du verdoppelst das ganze Zeug. Hm. Pfff. Ja. So hin. So. So. Jetzt bräuchte ich noch Kisten. Diamantkisten oder so. Los, gib mir mehr Setzlinge. Ihr Bäume. Ihr Bäume. Ja. Ich hab gar kein Gold. Fällt mir grad aus. Naja, auch nicht so viel. So gut wie gar nix. Na, acht Gold brauchst du für ne Goldkiste. ... ... ... ich soll demnächst mal mein fleisch hier durchbraten nicht immer das rohe fleisch futtern ja ist ja ein bisschen schlecht geworden noch nicht kann fliegen will ich jetzt also an dem machineblock commerce genau ich war genau mein turtle hier macht mein mining turtle unten ich bin gerade auf dem weg ob man noch fährt ich baume jetzt erstmal meine eisen kiste oder 2 oder 3 wird mein mining turtle rum die kiste ist vor wir haben einen mining zettel nicht doch da hinten fährt die kiste ist vorliegt ich mache mir jetzt erstmal zwei schöne eisen kisten noch er hat mir sogar kohle eingepackt er zu viel dabei gehabt jetzt passt es jetzt passt so habe ich jetzt alles weg von denis sagt gut elektronik circuit dann war das so 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 und so 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 okay dann was ich bin da hinten kommt er nicht ah nur zwei koppels mace rater ist fertig leute ich kann mal obendrauf so was haben wir ein schönes wo wir ganz viel davon brauchen Zinn brauchen wir ganz viel den packen wir in den meserator rein dann ein Ofen wäre noch mal ganz cool einer Iron Furnace war Iron Furnace genau ein Iron Furnace ich weiß es nicht mehr scheiße Iron Furnace Iron Furnace Electric Circuit Redstone Redstone genau aber ein Iron Furnace können wir uns gerade nicht leisten so wie es aussieht aber Koppel ja da müssen wir erst so jetzt 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 mal ein bisschen Kisten sortieren jetzt so wichtige Sachen unwichtige Sachen das ist wichtig das 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 No dr die Denver stehend mitte und dann außen rum komplett eisen ach so jetzt erstmal holt wieder gott ich und mein holt zu ich brauche jetzt eisen oder habe ich mein backpack noch eisen aber zu wenig koppels dann auch definitiv eine ändertruhe bei mir im haus machen ja nicht nur es zeigt so wird gerade auch lehrt was unser kabel fällt da ja noch bei einzelnes hama ja noch ein kabel nein So. So. 1, 2, 3, 4, 5. Mehr gibt's nicht. Und jetzt brauch ich Eisen. Halt, nein, stopp. Ich brutzel erst mein Essen durch. Ich geh wieder ohne Essen auf Tour. Oh man. Was ist mit Pulverzeugs? Oh ich richte da ein bisschen so meine ein. Oh 5 Steaks müssen wir erreichen. So, kommt's. Komm. Ohne kommt auch mit. Und Abfahrt. Backpack. Ja fast voll, okay. Oh ich glaube, wir machen jetzt noch eine Ladung. Koppels nach oben. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall mein ganzes Zeug unten aus der Küche raus von meinem... Ja, da bin ich gerade auch dabei. ...meinen Meining Turtle. Lass mal das ganze Zeug rauskommen, weil lauter Koppels und den Scheißregler drin ist. Ja, da nehme ich gerade alle mit Hochkoppels. Ja, ich auch. Ich habe gerade vorhin erst mal das wichtige Zeug rausgekommen und jetzt soll ich. Ja, das wichtige Zeug, das ist in meinem Backpack, in meinem Bauarbeiterrucksack, weißt du? Die ganzen Erze, die verstauts da. Äh, unsere Koppelkiste ist voll im Lagerhaus. Gut, dann sollte man mal anfangen, so Eisenkichten zu machen. Hast du Eisen, kannst du machen? Ich bin gerade ein bisschen out of Eisen. Ich habe auch zu Hause selber Eisenkichten gemacht. Ich habe auch in meinem Keller schon drei Eisenkichten stehen. So, die Kiste ist wieder leer, kann ich die Meining Turtle weiter minen? Tja, meine Meining Turtle ist fair, kann auch ein bisschen rumtun. Ganz oben habe ich auch noch Koppels reintun. Ah, okay, ganz oben. Puh. Der weiß, elegant. Der weiß, elegant. Der weiß, elegant. Fisch ist Folge. Was ist das obere? Ja. Lol. Ich habe gerade ein komplettes Inventar rein kauen. Ich habe zwei Inventare voll hoch, Koppels. Ja, ich habe ja diesen Rucksack gar nicht. Da fehlt mir noch. Vor allem, ich bin noch nicht mal fertig mit meiner Kiste. Ich habe auch nicht so weit zum laufen. Und vor allem, ich habe den Rucksack dabei. Ja, deswegen, ich habe ja gar keinen Rucksack dabei. Ja, du musst die ganzen Orte und alles auch so hoch tragen. Oh, da am Block hin. Was gold? Wöste denn? Ein golder Zatze bei mir. Ah, meine Meining Turtle kommt gerade. Das ist ja schön. Ich habe noch ein bisschen Platz frei. Koppels, das Zeug, das Zeug. Oh, das habe ich dabei. Das kann man gleich mitnehmen. Ich kann auch noch mitnehmen. Zeug voll Koppel nehme ich mit. Ja, einfach schön, wenn man fliegen kann. Ah, ist so schön. Ja klar. Super. Mining Turtle ist cool. Du holst ja alles weg. Da haben wir so ein 25 auf 25 Feldgroße. Alter, wenn ich so auf der Karte gerade gucke, deine Größe gegen meine Größe. Ja, du hast auch noch 5 Felder größer. Ja, 5 mal 5 sind 25 Felder größer. Was pro Reihe ist. Was für die Atomigen Glas zu brauchen, kann das sein? Ja, die Kristalle. Achso. Da war ja was. Äh, jetzt nehme ich noch das mit hoch, das mit hoch, das mit hoch. Das mit hoch. Eisenhards kann ich nicht mehr mit hoch. Normalerweise bleibt da drin. Es bleibt da auch drin. Ich brauche auch so ein Jetpack, ganz sicher. Du musst halt ein machen. Das ist nicht teuer. Ja. Was brauche ich da alles dazu? Ne, das mache ich beim nächsten Mal. Tipp doch einfach ein. Du hast da unten so ein Fenster, wo du eintippen kannst. Da tippst du einfach ein Jetpack, dann klickst du auf ein Jetpack und dann steht dran, was du alles brauchst. Ich habe jetzt noch eine zweite Mining Turtle. Das war schon eine zweite Mining Turtle. Ja, weil eine nicht reicht. In der Welt, wo ich so spiele privat, da rennen vier Mining Turtles rum bei mir. Also hätten wir jetzt noch genügend Platz irgendwo gezogen, wo noch ein paar leere Kisten, wo man eh nicht braucht. Momentan. Wenn wir ein Lagerhaus bleibt, momentan wie es ist. Ne, ich meine leere Kisten, wo ich was reinstopfen kann. Keine Ahnung. Wegen Koppels und zum Scheißregal ist hier. Koppels. So. Ne, ein Tau. Halbwegs leer. Wichtig, 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 wichtig. Wichtig. Koppelkiste, genau. Habe ich noch Eisen? Halbwegs? Ja,ити. Dä